Hier für die Flusskreuzfahrt-Lieblinge gibt es jede Menge dieses Wikinger-Crews, jede Menge Schiffe, die von Köln abfahren. Kreis Arosa, Wikinger-Kreuzfahrt, alles fährt von hier ab. Da muss man dann immer einfach mal schauen, da gibt es immer super Schnäppchen in der Vor- und der Nachsaison, traumhaft schön. Hier ist der Kölkener Dom und hier direkt kommen die Züge über die Deutzer Brücke und hier hinten ist direkt der Hauptbahnhof. Man könnte fast zu Fuß zu den Schiffen laufen, wenn man ein bisschen gut zu Fuß ist.